Shri Raghunath Das Goswamis Leben, ein kurzer Überblick Shri Raghunath Das Goswami erschien um das Jahr 1494 in der Stadt Krishnapura in Westbengalen, als einziger Sohn einer angesehenen, reichen Landbesitzerfamilie. Sein Vater hieß Shri Govartan Majumadara und der ältere Bruder seines Vaters Hiranya Majumadara. Trotz ihres Lebens im Überfluss waren beide Brüder tief religiös und hielten die Sadhus, die Gottgeweihten und Heiligen, in Ehren. Darum war der berühmte Geweihtem Haberbus und Prediger des heiligen Namens Shri Haridas Thakur an ihrem fürstlichen Hof ein gern gesehener Gast. Ihr Guru und Priester Shri Yadu Nandana Acharya, ein Schüler Advaita Acharyas und enger Freund Haridas Thakurs, weite Raghunath Das in die Vaishnaver Verehrung ein. Raghunath erhielt also schon in seiner Kindheit ausgiebig Gelegenheit, mit fortgeschrittenen Gottgeweihten zusammen zu sein und in seiner Jugend begegnete er Nidyananda Prabhu und dessen Gefährten. Solche Einflüsse hinterließen in ihm tiefen Eindruck und formten seine Bewunderung für Hingabe und Gottesliebe. Schon früh trennte er sich von seinem Reichtum und seiner schönen Frau und ergab sich den Lotusfüßen des goldenen Avataras, Shri Chaitanya Mahabrabhu in Chagannath Puri. Mahabrabhu gab Raghunath Das in die Obhut seines engsten Vertrauten, Shri Swarup Damodar, und von jener Zeit an kannte man ihn als Swarupera Raghun, den Raghunath Swarupa Damodar. Swarupa Damodar ermöglichte Raghunath persönlichen Dienst für Chaitanya Mahabrabhu und Mahabrabhu wiederum, erfreut über die Ernsthaftigkeit und Hingabe seines Schützlings, gab ihm den Dienst Radha Krishnas. Er anvertraute ihm den Gowardhan Stein und die Gunja Perlenkette, die er eigenhändig verehrt hatte. Als Shri Chaitanya Mahabrabhus Spiele in dieser Welt, was die äußere Sicht anbelangt, ihr Ende gefunden hatten, traf Raghunath Das die Wucht unsäglichen Trennungsschmerzes. Untröstlich verließ er Chagannath Puri und ging nach Vrindavan mit der Absicht, sich vom Gowardhan-Hügel zu stürzen und seinem Leben ein Ende zu setzen. Doch Shri Rupa und Shri Sanatan Goswami überschütteten ihn mit Nektar, mit ihrer Zuneigung und mit süßen Erzählungen von Krishna und retteten sein Leben. Sie nahmen ihn als dritten Bruder auf und fortan ließ er sich dauerhaft am Radha Kund nieder. Dort, am Shri Radha Kund, an Radharanis persönlichem See, lebte Raghunath Das Goswami in strenger, übermenschlicher Aschise. In tiefen Trennungsgefühlen verehrte er Radha Govinda Tag und Nacht. Im Alter von hundert Jahren schließlich gesellte er sich zum göttlichen Paar, in deren unmanifestierte, transzentale Spiele, indem er in Shri Radha Kund einging. Es wird allgemein anerkannt, dass Shri Raghunath Das Goswami in Krishnas Spielen Rati Manjari ist, die Dienerin Shrimati Radhikas. Im Shri Chaitanya Charit Amrita Adhi 10.98-102 beschrieb Srila Krishnadas Kaviraj Goswami Shri Raghunath Das Goswamis tägliche Verehrung. Er gab Essen und Trinken fast gänzlich auf. Alles, was er seinem Körper zuliebe zu sich nahm, waren ein paar Tropfen Buttermilch. Kein Wort kam über seine Lippen oder drang in sein Ohr, das nicht in Beziehung zu Krishna gestanden hätte. Sein Gelübde bestand darin, jeden Tag in ausgestreckten Ehrerbietungen zu Boden zu fallen. Eintausendmal vor Shri Krishna, Shrimati Radhika, ihren Gefährten und den Schauplätzen ihrer Spieler. Und zweitausendmal vor den Vaishnavas, den ergebenen Dienern des Herrn. Dreimal täglich badete er im Radha-Kund. Drei Stunden sprach er über Chaitanya Mahaprabhu. Er sang einhunderttausend heilige Namen und umarmte die Vaishnavas von Vraja und in seinem Geist diente er unentwegt Shri Radha Krishna. So nutzte er seine Zeit. Er schlief etwa eineinhalb Stunden und an manchen Tagen schlief er gar nicht. Shri Raghunath Das Goswami hinterließ uns drei Bücher, die es zur großen Berühmtheit brachten. Erstens Shri Stavavali Zweitens Shri Dhanacarita in Klammer Dhanakele Chintamani und drittens Shri Mukta Charita Shri Manasiksha ist im Shri Stavavali enthalten, einer Sammlung von Hymnen und Gebeten. Zweitens Shri Dhanacarita